An Land gab es auch Dinosaurier. Zu dem bekanntesten gehört natürlich der Urvogel Archäopteryx. Doch auch der kleine Thereopode, Kompsognathus, streifte durch die tropischen Inselwälder, immer auf der Jagd nach Insekten und kleinen Ächsen. Die Lagunen dagegen wurden von Ichthyrosauriern und großen Meereskrokodilen beherrscht, von denen manche so groß wurden wie ein heutiger Orca. In die Zeit des späten Juras kann man an vielen schönen Orten im Altmühltal noch heute eintauchen. Besonders zu empfehlen sind der Dinopark in Denkendorf, das Juramuseum in Eichstätt und das Bürgermeister-Müller-Museum in Sollenhofen. Dort kann man in einem nahegelegenen Steinbruch auch selbst auf die Suche nach Fossilien gehen. Genau dort, wo bereits mehrere Archäopteryx-Exemplare gefunden wurden. Archäopteryx – Urvogel Name Archäopteryx – Lithographica Bedeutung – in steingeschriebener uralter Flügel Körperlänge – 0,5 Meter Gewicht – 0,8 Kilogramm Nahrung – Insektenfresser Kompsognathus – Kompi Name – Kompsognathus longipes Bedeutung – zierlicher Kiefer mit langem Fuß Körperlänge – 1,2 Meter Gewicht – 2,5 Kilogramm Nahrung – Fleischfresser Der Posidonienschiefer Im Unterjura stieg der Meeresspiegel massiv an. Die riesige Tetis, die sich einmal rings um den Äquator gegürtet hatte, überflutete nun weite Teile Mitteleuropas und schuf dort ein flaches, lichtdurchflutetes Meer, das vielen Meerestieren ideale Lebensbedingungen bot. Das Klima war entscheidend geprägt durch einen feuchten Sommermonsoon und trockenen Passatwinden während des Winters. Aus den von Festland ausgeschwemmten Ton- und Kalksemititen formte sich dort der berühmte schwarze Jura des Posidonienschiefers, der als Bau und Brennstoff noch heute sehr gefragt ist. Und besonders bekannt ist er für seine vielen Fossilien, die in den feinen schwarz gefärbten Schichten exzellent erhalten geblieben sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017